Ja, liebe Freunde von der Frosche und von der Nahrermusik. Pfingstmontag 2020 fällt leider aus, ihr habt es mit Sicherheit schon mitbekommen. Uns bleibt ein kleiner Lichtblick auf Ende Jahr. Und was das sein könnte, wird euch der Chef von der Nahrermusik, nämlich der Bucky, am Ende von dem tollen Video, das ihr gleich seht, gerne verraten. Bleibt dran, schaut es euch an und schwelgt in Memories of Pfingstmantic. Everybody get up! Come on, pull up, move your body! Hey, 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 hey! You're the hardest bitch in this place! And that's when I am gonna do it, girl! I know you want it, I know you want it, I know you want it, but you're... S keeping it the best mit you! Kole... ... ... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Eins, zwei, eins, zwei, drei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ein super Oktoberfest am See veranstalter. So etwas hat es in Radov-Zell noch nie gegeben. Da werden wir es dann richtig knallen lassen. Wenn wir uns heute alle anständig benehmen, ein bisschen Abstand halten, dann haben wir das bis zum Herbst mit der Pandemie im Griff. Und dann machen wir da ein super Fest. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Feiertag. Genießt es. Macht es in Ruhe. Und spätestens nächstes Jahr sehen wir uns dann wieder. Bis dann. Bis dann.